Herzlich willkommen im Jahr 2100. Wir schauen zurück auf die Klimasimulation des frühen 21. Jahrhunderts. Der Klimawandel hat unseren Städten massiv zugesetzt mit extremen Auswirkungen, die wir uns jetzt mal anschauen. Denn innerhalb der vergangenen 80 Jahre schaffte es die Weltbevölkerung nicht, auf Kohle, Öl und Gas zu verzichten. Die Temperatur in den Sommermonaten, sie ist deutlich gestiegen. In Berlin liegen sie jetzt im Vergleich zu 2017 im Schnitt um 6 Grad höher. Das heißt auch mehr heiße Tage mit über 30 Grad. 14 heiße Tage waren es damals durchschnittlich in Berlin. Heute 2100 sind es mehr als doppelt so viele, nämlich 34 Tage. Die Hitzebelastung ist sehr groß. Wir leiden immer mehr an Asthma, Herz und Kreislaufbeschwerden. Berlins Durchschnittstemperatur lag 2017 bei 22 Grad, im Sommer heute bei 28 Grad. Vergleichbar mit dem damaligen Bukarest. Dabei liegt die Hauptstadt Rumäniens acht Breitengrade weiter im Süden Europas. Städte haben generell das Problem, dass sie sich stärker aufheizen als die Stadtränder. Das liegt an den dicht bebauten Wohnvierteln und versiegelten Flächen. Regelmäßig kam es zu Hitzestaus. Experten bezeichnen das als Wärmeinsel-Effekt. Stadtplaner entwickelten bereits 2017 Konzepte, um Berlin anzupassen. Straßen und Häuserblocks, die die Hitze besser aus der Stadt leiten. Mehr Grünflächen wurden notwendig, auch vertikal entlang der Fassaden. Und die Starkregenereignisse wurden auch extremer. Mit jedem Grad der Wärmung stieg die Gefahr um 10 Prozent. Das Wetter ist mittlerweile extrem und das war im Sommer 2017 schon spürbar. Extreme Gewitter bringen entsprechend hohe Windstärken mit sich. Damals waren in Berlin breite Straßenzüge angelegt, mit der Folge Häufigkeit und Stärke von Orkanböen nahmen zu. Auch die Tier- und Pflanzenwelt hat sich verändert. Viele Arten sind ausgestorben und konnten sich der Hitze nicht anpassen. Die heute verbreiteten hitzeresistenten Pflanzen lösen extreme Allergien aus. Im Jahr 2017 leben sie bereits in einem veränderten Klima. Die globale Mitteltemperatur stieg in kurzer Zeit, da jahrzehntelang gigantische Mengen an Treibhausgasen ausgestoßen wurden. Ozeane versauern, die Luft- und Meeresströmungen ändern sich. Die Arktis wird in absehbarer Zeit eisfrei und die Antarktis schmilzt. Die Gletscher schrumpfen weltweit. Grönland verliert von Jahr zu riesige Eismengen und der Meeresspiegel steigt immer schneller. Innerhalb nur einer Menschengeneration ist die Temperatur auf der Erde rasant gestiegen. Das passiert in Erdzeitaltern gemessen in Rekordzeit. Die Erde verändert sich und das ganz klar zu unserem Nachteil. Damit diese Animation nur Fiktion bleibt, müssen wir jetzt handeln. Viel Zeit bleibt nicht. W no entdehnen Modern tengel深 B vicendlichseen W no entdehnen W no entdehnen Der Klimaw pas Der Klimaw unaware wird herein nga wo es 70% der totalen Emissionen von Gasen der Invernaderen produziert. Außerdem weiß ich, dass bis 2050 über 80% der Bevölkerung im Weltkrieg wird in anderen Wohnen, so die Kampf gegen den Klimawandel beginnt in die Stadt. Jetzt können Sie jetzt nicht nehmen, die Konsequenzen könnten für den Medioambienten und die Qualität der Lebensqualität der Welt verletzten. Fortunately, wir können diese Situation wiederum eine Realität werden. Es sind immer mehr die Stadt der Welt, die sich um den Kompromiss und die Verantwortung zu beurteilen, um diese Herausforderung zu beurteilen. Mehr von 600 Stadt, die über 500 Millionen Menschen auf dem Planeten, haben sich um die Emissionen zu reduzieren, die Kontaminanten responsableren des Klimawandel. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable que además contribuye a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbón. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones.